da kommt doch gleich irgendwas die unhöflich ist alter sie für eine party ohne probleme wo wir sagen wir jetzt die kohle wieder kommt jetzt ist aber auch mal gut hier die sagen wir mal die kohle ein und dann gucke ich mal wieder ob irgendwie was geschrieben wurde so gucken kurz okay ist gut und weiter abbauen kurz gucken alles gut so mal schauen hier ja der rambo schreibt er findet gut dass ich einen zurück folge für mich ehrensache problem ist ich glaube man kann nur bis 10.000 ich glaube mehr als 10.000 geht nicht mehr wenn ich jetzt 10.000 folge kann ich danach keinem erfolgen aber solange ich es kann mache ich es auf jeden fall und ja stimmt macht nicht jeder das machen wirklich zu wenige aber es gibt immer viele die sagen dass sie machen und sie machen es trotzdem nicht so gerne ein bisschen liken 240 laks haben wir das ist ein bisschen mal freunde unser rekord der wurde schon ewig lange nicht mehr angeknabbert von 29.500 ich weiß es ist viel aber das ist ja auch gar nicht das ziel so der weg ist das ziel gut da waren wir pflücken wir hier noch ein bisschen was raus das ist jetzt nicht so viel gewesen wir gehen erstmal geradeaus zur lava hier ist echt noch viel unerforscht echt noch ganze menge von da kann auf jeden fall keiner kommen so er ist doch wo kommt dieses gejau die eigentlich schon wieder her das machen wir mal zu und da kommt auch wasser ok ich weiß nicht ich gucke noch mal hier oben hier war jetzt nichts mehr dann pflücken wir ja den nächsten raus so dann gehen wir jetzt würde ich sagen zuerst mal hier runter ich weiß nicht ob das so gut war ich weiß immer nicht wo ich zuerst anfangen soll gehen wir mal hier rüber gut hier ist glaube ich eine sackgasse sehr schön dann können wir uns hier nämlich mal ein paar verkehlen machen so und mal wieder lesen wenn plötzlich jemand ein elch in der wohnung hat kann man bestimmt viele rein also du meinst tatsächlich nicht nicht gut ok also das stimmt wirklich wenn ich mir hier ein großes tier rein hole denn bleiben viele drin das ist richtig aber wo soll ich die nächsten jährigen verdammt oh gott im bauch moment ich lese mal ganz kurz hier seit wann bist du live sabrina ich bin genau seit 40 minuten live ja genau so sieht es aus 999 likes guck mal also hier kann ich jetzt gerade nicht machen war wenn ich fertig bin ich hab jetzt auch mal mein fernseh also ich habe jetzt auch mal ein fernsehgerät angeschlossen am pc du gehst mir richtig auf den sack fledermaus weißt du das eigentlich schon mal geguckt für die 29 wäre das nicht schlecht das war nichts gut ich mag sackgassen dann weiß man okay da war man schon ja komm scheiße auf die kohle jetzt erstmal hier genau da nicht mehr hier geht es jetzt weiter geht da hinten leuchtet irgendwas ist es lava ist es vielleicht eine fackel von uns ich weiß es noch nicht es ist mir eigentlich gesagt ein bisschen zu ruhig gerade hier gold ist schön aber das war es dann aber auch schon so und baby zombie ich mag keine baby zombies die immer so komische füße ja der karotte gedroppt das aber selten die wahrscheinlichkeit ist glaube ich nicht so hoch keine ahnung ist ja auch egal spielt ja keine rolle und gold kann man auch so denn klar cool ich gucke granit guck mal das waren acht blöcke und wir haben 20 moment ich gucke noch mal und ich muss mal drehen rambo und nicht nur eine was denn was denn nicht nur eine sabrina ich hoffe ich hoffe also bislang habe ich immer rausgefunden aber immer nur zufall also zufällig habe ich rausgefunden hier ist mir zu viel los fast ich mag das nicht wenn das so groß ist und das problem ist das problem ist in den neuen update wird es noch viel viel größer ich freue mich schon auf das update aber nein auf den freut mich gar nicht lass mich in ruhe mit einem bogen verdammt jetzt sind wir echt eingekesselt hier alter hier ist ja echt so und so wenn der kippe da nicht mal runterkommen ich würde den gerne weg haben wollen ich mag es nämlich nicht wenn man kippe auf tasche hat hängt der da irgendwo fest oder hat er keinen bock ok hat bock nein nein ja schwarzpulver ganz schnell muss ich hier sein jetzt mal nehmt das auch irgendwann hier nochmal ein ende ich hasse es wenn das alles immer von einer seite zur anderen seite führt oh ich könnte ausrasten schnell weg Moment irgendwas lesen hast du tattoos? nein tatsächlich habe ich keine tattoos aber ich habe schon ein bisschen bock ja was meinst du denn jetzt wird nur eine? frisst vielleicht youtube ein paar kommentare von dir dass ich es vielleicht nicht checke? tut mir auf jeden fall leid wir gehen mal wieder rüber ah kacke tu 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 tikt hab ich youtube grad gesagt? tiktok wenn nein wer alter ernsthaft ihr seid so ne kack bratzen kack vögel da unten ich komme ich komme ich werde euch oh ich werde euch alle auffressen oh nee von da kann auch wer kommen oh vielleicht hier erstmal safen ok ok von hier kann keiner kommen das ist schon mal gut äh die braucht mich gar nicht so blöd anzugucken von da unten die gucken mich an und denken sich aha wo bleibt er denn? he he es wird albern langsam mein gott es reicht doch alter warte hör auf mit den scheiß wirklich ich brauche echt Pfeil hör auf ich brauche echt Pfeil und Bogen oh jetzt ist mein fernseher ausgegangen das darf im stream natürlich nicht passieren naja und wenn denn das auch nicht öh womit was war das gerade? achso weil der fernseher ausgegangen ist öh was ist denn jetzt los? oh ich bin gerade richtig überfordert ne? merkt man gar nicht ne? oooh Junge oder schießt du noch von woanders wer? und wo kommt dieser zombie her? alter wir nehmen erstmal das mit so jetzt gehen wir mal da hoch und stellen erstmal das wasser aus so das reicht jetzt nämlich auch äh dub 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 es ist da schon mal ruhe ne? sehr gut Moment war hier nicht irgendwo ja hier war so mehr oder weniger ne Sackgasse ne? sind wir hier schon ganz unten angelangt? tatsächlich so weit unten sind wir so den mal einmal bitte zumachen und jetzt buddeln wir mal wir nehmen ruhig mal die dann geht halt ein bisschen fixer mal kurz gucken hier ob hier irgendwo Diamanten sind nö 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 ok so buddeln wir hier noch ein bisschen weiter kurz kratzen so 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 äh kurz pause kurz lesen mhm mhm ja Sabrina ich will ja ein bisschen was sammeln ne? weil Sabrina schreibt quasi sie wäre hier schon längst rausgegangen ist richtig aber äh solange unser Inventar nicht voll bis oben hin ist gehen wir hier nicht raus 48 Minuten bei einer Stunde muss ich mal ganz kurz was gucken gehen auf mein Handy was woanders liegt ähm so so gehen wir mal wieder hoch oh Axelotl nö äh hab ich tatsächlich noch nie gesehen ähm 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 möchte ich auch ganz gerne mitnehmen wenn wir schon eins finden die sind nämlich relativ neu in Minecraft reingebaut hier aber ein Eimer mit dem Eimer kann man das Ding mitnehmen ne? oh Axelotl so machen wir uns hier mal wieder ein bisschen Platz wo ist er? nein da war er glaube ich ne? aber da unten war glaube ich auch ein Dings oh wir brauchen neue Fackeln da unten war glaube ich auch ein Skelett ne? so hier holen wir uns mal ein bisschen wat und dann können wir nämlich gleich äh zu machen nein so da haben wir zu gemacht das äh grenzen wir gleich ein und holen wir uns hier noch ein bisschen Kohle so jetzt hätten wir da hinten im Tisch aber ist scheißegal ganz ehrlich wir haben so viel Holz da können wir uns auch 100 Tische machen